Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederpressiger Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nicht als Feiglinge! Verreicht als Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehren! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser Glauben hält! Jahre lang ist das Militärmalar so nicht nur verhindert! Es hat mich gehen und nur ein bisschen Gewiderstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Von daher alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen! Wie Stalin! Ich verlieh' von der Akademie! Ich verlieh' von der Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus mich das Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn Sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruh' dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Trick ist verloren! Aber will Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse? Irrfen Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Dramatische Sprecher Dramatische Sprecher Vielen Dank.